Hey Leute und Herzlich Willkommen zu der Kleidmachverschätzung eines Schleppschlauches für das Zoomhammer Güllefass. Hier geht ihr wieder unter Mods, Güllefässer und hier lautet schon auf das SwingUp 15, kostet 18.000 Euro, aber es braucht 15 Metern, braucht eine Leistung von 160 PS und hat Unterhaltskosten von 12 Euro am Tag, also relativ günstig. Das ist das gute Stück hier, das ist schon dran. Auf dem ersten Eindruck sieht das richtig geil aus. Ich muss sagen die Sticker schauen richtig nice aus, außer der Kleine da unten jetzt, der ist ein bisschen verpixelt, aber hinten das Heck gefällt mir sehr, das sieht einfach nur Hammer aus, weil die Texturen sind recht geil, auch hier hat das Vogelsang-Logo, also alles, hier hat das Sticker, sieht auch geil aus, also recht geil gemacht, es hat nur ein ganz einfacher Schleppschlauch, dann starten wir mal ein, mal wieder den Motor an, wir füllen das Güllefass, gucken ob die Blinker hinten gehen, natürlich nicht, also im Schleppschlauch gehen die Blinker selber nicht, Licht geht auch nicht, schade, was ist mir noch aufgefallen, wenn man rückwärts das reinfahren will, müsste haargenau nirgends rankommen ans Stängel da, weil sonst gibt es euch das Teil um, weil das irgendwie so leicht ist oder so, gibt es euch das Teil um und dann müsst ihr euch da zurücksetzen, das ist nämlich bei mir dreimal passiert, was noch aufgefallen ist, das werdet ihr gleich sehen, wenn ich jetzt losfahre, was voll ist, ich fahre nur 16 kmh, wenn ich das Ding, sag ich euch, wenn ich das abkuppel, fahre ich, also den Schleppschlauch wieder abkuppel, dann fahre ich wieder 50 mit dem Johannes hier, ich hab mir gedacht, kann doch auch ganz normal, hä, jetzt mal aus, ne, geht nicht, ausklappen, man kann mich noch hier den Verteiler anmachen, auf den ich gerade gucke, auf den wir gerade gucken, irgendwie willst du noch nicht so richtig, also man muss das senken, okay, man schlappt ja ein Schleppschlauch, also die ist richtig geil, ist auch alles perfekt, hier hat man umgesetzt und so, weißt du, es ist einmal die Blinker, das Licht halt, und dieser Fehler halt, dass man nur 16 kmh fangen kann, das ist total komisch bei mir, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, falls nicht, schreibt das mal in die Kommentare rein, das würde mich echt mal interessieren, guckt das ganz normal, Schleppschlauch halt, ganz normal, auch echt geil, koppeln wir mal ab, ich weiß, Entschuldigung, ich muss aber so koppeln, ich wollte schon, fahr ich wieder, 20, na gut, jetzt, das ist schon komisch, irgendwie, ich kann das an meinen PC liegt, oder so, oder so, oder so, aber ich weiß es gerade nicht, wie gesagt, das war es mit dieser Mod-Verstörung, lasst ein Like oder ein Abo, da wollt ihr mich freuen, ich habe es ein Mistmann, aber like him at's place, Das war's für w父lich. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.